Sing-Sang, Lieder für Kinder Er sammelt täglich viele Zweige und baut sich ein schönes Traumhausverein. Fällt ihm nicht leicht auf diese Weise, er überlegt sich alles ganz allein. Herr Bebe fragt sich, ist das in Ordnung, ist das schlecht? Braucht er Hilfe, nur ein bisschen, kommt er mit seinem Darm zurecht. Er macht sich immer Sorgen, unser Biber, selbst wenn er sich entspannen soll. Er kann sich nicht entscheiden, unser Lieber, kommt alle dann, wir helfen ihm schon. Herr Bebe fragt sich, ist das in Ordnung, ist das schlecht? Braucht er Hilfe, nur ein bisschen, kommt er mit seinem Darm zurecht. Und endlich ist sein schönes Haus jetzt fertig. Herr Bebe fragt sich, er ist wirklich glücklich. Herr Bebe fragt sich, ist das in Ordnung, ist das schlecht? Braucht er Hilfe, nur ein bisschen, kommt er mit seinem Darm zurecht. Bitte schaut euch auch unsere anderen Videos an. Vergesst nicht, euch anzumelden. Die Darm zurecht ist das.